Hallo meine lieben Spinner! Vorneweg, ja, es handelt sich hierbei um ein Rezensionsexemplar. Dennoch möchte ich noch einmal darauf eingehen, dass ich diesen True-Crime-Büchern immer 5 von 5 Spinnen gebe. Warum? Ganz einfach aus dem Grund, weil ich diese Bücher mit diesen brutalen und realen Kriminalfällen keinesfalls nach Spannung, Brutalität oder Grausamkeit abgrenzen möchte. Außerdem auch aus Respekt vor Opfern hinterbliebenen Ermittlern und Autor 5 von 5. Doch kommen wir nun zum Buch. True-Crime-Schweden von Adrian Langenscheidt. Unabhängiger Verlag. Erschienen 27. April 2020. Auch in seinem vierten Band dieser Reihe gibt der Autor wahre Kriminalfälle wieder. Diesmal tragische Vorfälle aus dem Land Schweden. Wenn ihr meine Meinung zum Cover und Titel wissen wollt und außerdem den Klappentext sucht, könnt ihr gerne einmal die ausführliche schriftliche Rezension anklicken. Link ist unten in der Beschreibung. Kommen wir zum Schreibstil und dem Aufbau. Erzählerperspektive Das Buch ist in 18 Kapitel eingeteilt und auch bei diesem Buch hat sich der Autor erneut Unterstützung geholt. Damit sind einige Kapitel nicht von dem Autor selbst verfasst, sondern unter anderem von Stefanie Löschmann und Franziska Singer. Es handelt sich, wie bei den Vorgängern, um reale Kriminalfälle in Kurzfassung. Trotz dieser Form sind alle wichtigen Fakten enthalten. Auch hier werden bekanntere wie auch unbekanntere Vorfälle wiedergegeben. Alles natürlich in sachlicher Schreibweise verfasst. Mein Fazit und die Bewertung Bewertung kennt ihr jetzt schon, 5 von 5 sowieso. Adrian Langenscheid ist für mich bereits ein fester Bestandteil des True-Crime-Genres, zumindest in Sachen Bücher. Natürlich ist die Corona-Krise kein positives Ereignis und dennoch haben wir es der Quarantänezeit zu verdanken, dass der Autor so schnell für Nachschub sorgen konnte. Die Kurzfassung der Vorfälle ist sehr gut bedacht, denn so enthält man viele Informationen in kürzester Zeit, beziehungsweise auf wenig Seiten. Die Kriminalfälle sind wieder einmal grausam und gnadenlos, wie es die Mörder waren. Ein nervenaufreibendes Wechselspiel zwischen blankem Entsetzen und Gänsehaut. Ich kann eine ganz klare Leseempfehlung für all die Aussprechen, die sich für solche Themen interessieren. Und bitte denkt da dran, wenn ihr diese Vorfälle nicht verarbeiten könnt, dann bitte lest diese Bücher auch nicht. Kennt jemand von euch das Buch vielleicht bereits? Oder interessiert ihr euch überhaupt nicht für dieses Genre? Schreibt es mir doch gerne in den Kommentaren. Vielen Dank, eure Miss Tarantula.